So, okay, und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Das ist auch ein Spielmuster, den ihr wahrscheinlich noch nicht kennt, und auch eine gewisse andere Map, die extra für diese Spielmuster brachvoller, die gibt es nicht für nichts anderes, zumindest im Moment. Ich spiele jetzt gerade hier nicht, das wäre ja auch zu schön, sondern ich bin gerade draußen, aber es geht relativ diese Runden. Wir haben jetzt insgesamt bei 10 gewinnt, es steht im Moment 2 zu 1, und es ist halt, wir müssen versuchen, entweder den anderen zu killen, oder den anderen durch die Glasscheiben runterzuschießen. Und unten sind noch Trampoline, das heißt, falls man es schafft, kann man auch versuchen, hochzukommen, aber das ist ziemlich schwer. Ja, und durch diese Fragezeichen kann man auch manchmal schöne Geschenke bekommen, das heißt, manchmal, also man im Kopf immer Geschenke, aber das kommt halt drauf an, ob sie gut sind oder nicht. Und ja, jetzt sind wir selbst dran, mit der Pistole. Das heißt, wir rennen erstmal schön zur Mitte, lassen das hier, haben was, und gehen erstmal schnell wieder zurück. Jetzt müssen wir kurz warten. Entweder treffen wir sie so, oder wir machen das einfach so, dass wir... Oh, in den Taschen. Ja, auch viel zu einfach, wenn wir es nicht... Im Moment, wieder ein paar wenig FKs und so. Und erstmal schön komplett... Alter, eins gegen zwei, okay. Dafür müsste ich jetzt erstmal wissen, wo sie sind. Okay, erstmal so ein bisschen durch die Gegend rennen. Wir haben ja Zeit, oder auch nicht, und wir sind genau in die Mitte gefallen. Ja, das ist halt... Das Problem. Und im Chat seht ihr auch Lumi2000, das ist Rabl, und der ist im Moment bei uns auf dem TS, aber gerade nicht in dem Aufnahmbereich, weil ich ja gerade aufnehme, und so. Ah ja, genau, das ist was, was viele noch nicht wissen. Wir haben auch ziemlich viele Zahlen, Netzwerke, Facebook, Twitter, und so weiter und so fort, das liebliche halt, oder auch einen Livestream, und so weiter. Wollte ich gerade sagen, ey. Aber wir haben auch einen eigenen Teamstick-Server, auf den ihr gerne raufkommen könnt. In der Beschreibung steht die IP dazu. Schade, dass wir jetzt cool gewesen sind. Lui, what the fuck? Ich muss mal kurz hier weg. Komm jetzt! Affendammte Scheiße! Ähm, ich... Ich hab ein Problem damit, die zu treffen. Ich weiß nicht warum, aber es ist sehr schwer, für mich, die Trampoline zu treffen, weil man in der Luft nur sehr, sehr schwer steuern kann. Das ist fast wie in anderen Spielen, aber halt, das ist sehr, sehr... LOL! What the fuck? In der Trash-Kamera sieht man die, glaube ich, auch. Ja, doch, sie... Ah, okay, der hat mich erstmal sofort geh- und hat mich gekillt. Auch wenn man das gar nicht gesehen hat. Okay, wir haben wieder verloren. Okay, das dauert halt nicht ganz so lange, diese Runden, aber die sind halt lustig, wenn man es selbst spielt, zum Beispiel. Oh, nee, den hasse ich. Ich mach's meistens so, dass ich das Glas von den Leuten da zerschieße, weil das kann ich am besten. Weil sonst ist es nämlich sehr, sehr schwer, irgendwie jemanden zu treffen. Jetzt hab ich ja immer noch die Pistole. Habe ich jetzt mal eben kurz mit mir da. Nein! Ja, toll, jetzt hab ich die Shotgun, aber... Keine Munition mehr! Ja, jetzt kommen wir nur nicht mehr nach oben. Doch, wir hatten noch eine Munition. Komm, komm, komm. Ja! Genau, das ist auch eine Methode. Autsch. Lol, Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Ach, ja, komm. Weißen sind es auch Leute, die aus unserem Team sind, die die eigenen Scheiben zwischen, aber das ist ziemlich auslich. Das heißt sozusagen, man... Alter, ja, irgendwas meine ich. Alter, das ist nicht gerade eben auch schon der Typ, der mich geführt hat. Ja, komm. Genau, es gibt halt verschiedene Waffen, die man einfach so haben kann. Und einfach so kriegt. Also man kann da halt nur mit Pistole reingehen. Standardwaffe ist da halt die Pistole. Ich glaube sogar die ganz normale Standardwaffe. Das heißt, es bringt einen nicht mal irgendwas, wenn man sich eine Pistole kauft oder so. Ja, der hätte jetzt eigentlich... Ja, okay, stimmt. Kann er jetzt auch nicht mehr. Oh, doch. Vielleicht. Ah, er hat es auch geschafft. Okay. So, und die Musikmündung ist natürlich auch immer lustig. Ich... Ja. Okay. Jetzt sage ich jetzt mal nichts. Und der hier leckt mir ein bisschen zu sehr. So. Guck mal, ob der schafft. Der schafft das natürlich. Und macht es auch. Direkt falsch. Okay, jetzt kommen. Ja, super. Es ist halt meistens schwer, die Leute einfach so zu treffen, mit welchem Wurfwaffen meistens. Das ist schon manchmal echt ein bisschen blöd. Aber okay. 3 zu 6. Okay, das könnte die Wände doch mal ein bisschen länger werden. Das läuft jetzt ein bisschen ungeplant. Wir sind, glaube ich, schon... 5 Minuten, wie du was da war gerade. Alter. Boah, Junge, ich will auch mal was haben. Na, Shotgun, die ist gut. Ich bin hier durch. Ja, Shotgun auf Distanz klappt bestimmt immer gut. Erst mal einen runter. Ich hab drei Schüsse. Boah, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, Alter, schon wieder der. Schon wieder der mit genau der gleichen Waffe. Ach ja, komm. Und der killt mich dann einfach mal zurück zu wieder. Jupp. Der hat auch eine Shotgun, noch sieben Schuss. Aber die trifft ja ja unmöglich auf die Entfernung. Also, was heißt, trifft er nicht, aber... Er trifft sich schon, aber ehrlich jetzt. Okay, wieder mal fehlgeschlagen. Moment. Ja, okay. Ja, kommt, das ist jetzt meins. LOL, das ist nicht meins. Ich will jetzt nicht runterfallen. Ich will erst mal eine Waffe haben. Die will ich. LOL. Alter. Hä? Was war das? Meine läuft einfach so nach unten. Ja, sicher. Ach ja, komm. Alter, das ist doch für Scheiße. Ich meine, wenn unten wenigstens immer so ein Auffangbecken wäre oder sowas. Okay, dann müsste man die aber auch vollständig kennen. Das wäre natürlich auch ein bisschen langweilig. Okay, der macht. Komm, eine ganze Zeit. Okay. Komm, da unten. Da ist schon wieder einer. Das war der gleiche. Der kriegt immer so ein... Es sieht man oben rechts. Es ist immer dieser ZY irgendwas, Spacko. Der immer einen Tamarag bekommt. Jupp, schon klar. Alter, und ich kriege jetzt wieder so ein Scheißteil. LOL. Ja. Alter. Alter. Ich habe auch mittlerweile Pech mit den ganzen Dingern hier. Äh. 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 Ja. 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 Jetzt macht man das hier. Hier geht es ja auch noch. Oder auch nicht. Alter. Nein, verdammte Scheiße. Komm. Oh Gott. Oh Gott. Ich freue mich gerade so ein 15 Minuten Rahmen. Ich weiß es aber gerade nicht so genau. Boah, Alter. Er kann das mal aufhören so zu lenken. Lenk. Ja. Boah, Junge. Jetzt geht doch drauf. Okay. Oder so. Mainz. Mainz. Alter. Drei Mäntereinander oder was? Ah, geht doch. Yolo. Hä? Fuck, wie fällt der? Wie fällt denn der bitte schon aus? Alter. Hä? Und wie sagt der andere bitte schon so viel ausgehalten? Ich habe da glaube ich dreimal oder sowas mit der Schatten drauf geschossen. Ja, auf die entfernen. Stimmt, das hält glaube ich jeder aus. Also so ein paar Schrottteile da abkriegen. Ist bestimmt nicht schlimm. Okay, jetzt. Boah, jetzt ist das... Alter, und dann ruckelt das so. Und ich fährt sogar noch im Messer. Bestimmt ein taktisches Messer, oder? Ich glaube, das ist ein taktisches Messer. Das ist voll... Das kostet nämlich extra Geld. Das kann man sich auch kaufen. Ich weiß zwar nicht, was wie viel das bringt. Oder ob es überhaupt was bringt. Aber auf jeden Fall, ja. Wollte ich gerade sagen, schießt der nicht, oder? Ja, ein bisschen näheres Battle. Der fällt erstmal schön runter und stirbt jetzt wahrscheinlich, ja. Ich bin gar nicht mit dem Regen hinterher. Stimmt, da könnte man rein theoretisch auch auf, aber das bringt dann nicht ganz so viel bei den anderen. Können ich da halt eben ganz leicht sehen und so, ja. Ja, und das ist zum Beispiel immer... Ja, das ist von der Punkt. Alle Gegner wurden eliminiert. Ja, 15,9. Ich glaube, ihr verliert. Visionsziel eliminiert alle feindlichen Einheiten. Oh, hör doch bitte mal aus und zurück. Oh, jetzt darf ich wieder zurückgehen. Und runterfallen, am besten auch noch. Ja, komm. Fuck you. Was ist das, bitte? Ach ja, Alter. Hä, wieso? Okay, warum auch immer der nicht mal schafft zu treffen? Okay, 1, 2, ja, das schafft er bestimmt auch. Dann will ich nicht mehr so ein bisschen tun, weil er so ein bisschen so... Werden nicht alle Schüsse angenommen von Animationen jetzt zumindest. Aber das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, komm, jetzt muss man nur noch überleben. Ja, nice. Nein, doch nicht. Los! Alter. Boah, wie... Der war sogar drauf. Alter, er war eigentlich drauf. Okay, wir haben verloren, Schiss. Ach ja, okay, komm. Wir haben ja verloren. Ich weiß jetzt nicht... Ja, okay. Ich mach mal hier Schluss. Dann... Tschüss. Ich schcke die Hü Bäcke. Ich heiße... Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017